Ich freue mich, dass ich das erste Gericht, das ich geschrieben habe, und es passiert, der Anfang passiert in einer wahren Geschichte. Lisa hat sich vor einem Kirchturm geschluckt, genannte auf die Terrasse eines Kaffees, es war ein Ruh, sondern wie ein Nachmittag, und die Tränke, welche man zu den Füßigkeiten bestätigt, war dann kalt, und die Tränke, welche man zu den Füßigkeiten bestätigt, und die Tränke, welche man zu den Füßigkeiten bestätigt, und die Träufe unterscheiden. Lisa ruim ... Lisa ruim ... Claudio, der so oft träumte Und sich erwachend für seine Träume schwebt Denn er hat sich zurecht gesetzt Ich meine, er hat sich in einem Windstein gekippt Und es ist ertrunken Die Sauberlise 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 Auch die unverschleppte Liebe Hört mal genau das ganze Raum Schau die armen Seelen Schau die bunten Köpfe Die Lippen Risse Der Mutter ein Bein Gehe dir von Tür zu Tür Gehe dir von Haus zu Haus Sie geht dir von Mensch zu Mensch Aber sie hat nicht in den Feldern verloren Wie ich bin Und dreht sich nur an seiner Haut Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich höre nicht Ich weiß nicht Wie ein Bündnis Ich höre nicht Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020